Wenn ihr euren liebsten Geschenke kauft, dann wählt doch nachhaltige oder energieeffiziente Geschenke. Und ganz ehrlich, verzichtet auf Geschenkpapier oder nutzt nachhaltiges und vermeidet so viel Verpackungsmüll wie möglich. Und jetzt freue ich mich auf das gemütliche Weihnachtsfest bei meinen Eltern. Und wenn ich da hinfahre, dann mache ich alles in meiner Wohnung aus, was nicht unbedingt anbleiben muss.